Hallo Michi vom Kanal Katzes EDC und Messerstube. Deine VA ist noch bei mir in der Warteschlange, also hier kommt sie. Dieses Messer ist ein Victorinox. Ich glaube man sagt dazu auch Champion mit Nagelfeile, Metallfeile, Metallsäge, Holzsäge und der Schere und so weiter, also was mir mein Vater geschenkt hat und das bedeutet für mich, dass das so eine Art, naja Erbstück kann man nicht sagen, er lebt noch Gott sei Dank, aber das hat so eine emotionale Bindung, wie du es nennst. Das Messer ist einfach super oft dabei und es hat Aufgaben bewältigt, wo normale Taschenmesser schon nicht mehr mitmachen, wenn es darum geht, ah man kommt irgendwo hin, gibt eine Flasche Wein, wie kriegt man es auf oder dergleichen Dinge, ist das prädestiniert. Genauso von meinem Vater habe ich zum Beispiel diese 1912er, Junghans, muss etwa 1912 sein, mechanische Taschenuhr, ja, das sind so die Dinge. Ich bin im Moment erkältet, von daher, also von drinnen ein Video, aber wie du siehst, ist gar nicht so schlimm, denn draußen kommen jetzt gerade 10 mm Regen gleich runter, innerhalb innerhalb der nächsten Stunde und von daher bin ich gerne hier an der Fensterscheibe und schaue dem Treiben hier zu. Also dann, das soll es gewesen sein für meine Videoantwort an dich und Tschüss.